Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Fallout 4 Far Harbor. Wir befinden uns bei der MS Azalea, ein scheinbar gestrandetes Schiff hier mit Fallenstellern. Mal gucken, ob wir hier irgendwas ausrichten können aus der Ferne. Das wäre nämlich super. Ja, wir haben uns schon gesehen. So. Einer weniger. Speichern. Mir wurde gesagt, dass meine Detektei-Valentine-Schilder grauenhaft aussehen, aber sie sind echt gut fürs Geschäft. Oh, oh, Bilge. Ich glaube, jetzt haben wir uns Ärger eingehandelt. MS Azalea. Wo ist der Typ? Okay. Wo ist der andere? Uh, legendärer Fallensteller. Ich glaube, wir kriegen es hier richtig mit ganz schwerem Geschütz zu tun. Mal gucken. Finsterer Fallensteller. Da sehe ich ihn. Oh, oh. Ach, der ist auch noch im in der Powerrüstung. Das ist natürlich jetzt so ungünstig. Mal gucken. Mist. Mal gucken, ob wir hier... Können wir jetzt verstecken? Na klar. Aha. Okay, brauchen wir nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich komm so schnell, ich werd umschalten hinterher. Eins. Oh Gott. Klappe zu. Nicht, nicht, nicht. Okay, jetzt haben wir zumindest den Schlimmsten. Komm, dick. Aua. Oh, komm mal her, mein Freund. Komm mal her. Ich weiß nicht, ob ich treffe. Ja? Ja? Wüsste da was? Komm mal her, ja. Ah, wo hänge ich denn jetzt hier? Genau. Wo ist der andere? Da ist er. Oh, komm, treff hin. Oh, wow. Halt. Ey, das ist ja... Oh, nicht nachladen. Schießt der auch mit so'n... Oh, Leute. Wo ist der dick? Boah, Leute. Boah, Leute. Treffen. 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 Komm, treffen. Los. Treffen. Uu, 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 ua. Aua, Leute. Autsch. So, einer weniger. So, jetzt kommt ihr dran. Jawoll. So, ich habe mich jetzt hier voll aalglatt angestellt, aber egal. So. Was? Wo kommst du her? Ja. Ah, so viel Zeit muss sein. Das ist jedenfalls besser als das, was ich gerade anhabe. Nehmen wir mal mit. Gefahr? Wo ist Gefahr? Quatsch, hier ist doch keine Gefahr. Für wen soll hier Gefahr sein? Feuer. Nicht getroffen. 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 Na komm. Na komm. Komm. Der Nächste. Komm. Brennt. Ui. Bin ja gleich tot. So, jetzt nehmen wir mal was zu essen hier. Damit das alles mal hier Drogenwasser brauchen wir nicht. Eiskaltes Bier brauchen wir auch nicht. Guck mal, wir haben hier so leckeren Kuchen. Scheißegal, ob wir verstrahlt sind. Oh, hier geröstet in Meierlurks Fleisch. Das ist okay. Na, 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 na. Komm her. Und Feuer. Da ist nichts mit werfen, Freundchen. Hey. Komm her. Und Feuer. Eins. Und Feuer. Und Feuer. Eins. Und. Zwei. Wow. So, Valentine kommt hoch. Das ist gut. Das ist ja ein riesiges Sch... Ist das überhaupt ein Schiff? Ja, muss ja. Die Frage... Wollen wir mal gucken. Ja, was haben wir denn? Brustteil. Nee, nee, nee. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Dann gucken wir mal wieder. Anglerhut. Ja, ganz nett, ganz nett. Wo ist denn eigentlich der Dicke? Hier. So, Kampfrüstung, linker Arm. Nee. Kartusche. Nee. Das ist jetzt vom... Von der Power Armor. Metallrüstung. Boah. Metallrüstung. Was ist das? Taktisch mächtig doppelläufig. Schaden 70. Ja, ich glaube, die wird aber nicht mehr bringen als die 70. Okay, mehr ist dann. Wieso ist da nicht mehr? Ist der kein... Achso. Haben wir uns den... Ja, doch haben wir uns angeguckt gehabt. So, dann schauen wir mal. Ah. Naapune. Naapun-Kanone. Boah. 157 Schaden. Alter. Aber 16.3. Oh Gott, das ist fast zu schwer. Kaliber 50. Verleiht mehr Energie und Schadensresistent, je niedriger deine Gesundheit ist. Bis zu plus 35. Die könnte man noch upgraden. Was ist das? Ach, das ist ein Hanisch. Was trage ich denn als Hanisch gerade? Mal kurz gucken. 37, 37, 15. 27, 31, 0. Und das ohne Special Power. Und dann Schadensresistent 4 und Energie widerstehen 4. Also, ich glaube, da können wir wahrscheinlich doch ein bisschen was hinbuttern. Nehme ich mal mit. So, komm mal ja, Nick. So, er nimmt jetzt mal die... Die... Die dicke Waffe. Wo ist sie denn? Die kann er nehmen. Die kann er nehmen. Und, äh... So. Die Harpun-Kanone, vielleicht kann er ja damit ein bisschen was anfangen und schießen. Oh. Haben wir Besuch? Ich glaube, ja. Aber wo? Oh. Kommt hier noch. Wir sind wohl nicht allein. Oh. Ui. Na, dann komm ich ja. Eins. Zwei. Drei. Oh, Leute. Und... Ja, soweit ist alles in Ordnung. Kettenrüstung. Ah, okay. Hier muss doch noch irgendwo einer sein, hier. Oh. Was war das? Was ist das denn? Patronen. Kommt man da hoch, ja. Hoch. Eins. Zwei. Und... Drei. Hattest Eier? Och, Nick. Ist hier noch jemand oben drüber? Nee, ne? Aua. Bist du ein Schwein, das du gerade im Schatten bist? Du musst das nicht tun. Genau, du musst das nicht tun. Wo bist du? Ach, da bist du. Schwimm doch nicht rum. So. Muss noch einer. Schluss mit lustig. Muss er. Treffen. Faden. Eins. Zwei. Ja. Drei. Vier. Hey Und komm Eins Zwei Ja Das möchte ich hier mal Genau Ist ja putzig So wartet mal Ich muss mal hier kurz Reicht das aus Ja Das ist ja geil Ein Gartenzwerg So Die Frage ist Wie kommen wir Außerirdische Ach hier kommen wir hoch Okay So Vorsichtig Das hätte ins Auge gehen können eben So dann gucken wir mal hier Den hatten wir schon Hier müssen wir nach oben Na nochmal richtig sauber Komm hier lang So Hier oben haben wir eine Destillerie Hier ist ein kleiner Ausguck Das ist super Super Ein Improgewehr Hier kommen wir nicht Hoch Ah Aber Hier Wenn nicht gäbe es da auf alle Fälle Einen Weg nach oben Oh Das Ding ist riesig Mist Muss er hin Da Genau Boah Weg ist er Nein Okay Ich wollte mich nicht hinsetzen So Jetzt haben wir hier Schmutziges Wasser Schmuddeliges Wasser Dann haben wir hier oben Einen kleinen Ausguck Mit Terpentin Das ist lecker Oh hier ist ein Fahrstuhl Nach unten Wie es scheint Huch Ne das muss Hier geht es nach Unten Da gehen wir dann gleich runter Wir machen erstmal hier noch Den oberen Teil unsicher Denn hier ist ja noch das Schiff Und noch einige Leute Die wir ein bisschen Ja entkleiden müssen Okay Hier ist nix So Gebt mir euer Stimpax Ihr habt mich nämlich ganz schön Stimpax gekostet Hier Leute Boah Krass Ist wirklich krass Ne Da ist noch schweiz Da drinnen Da können wir Essen machen Ich werde bestimmt Tausendfach Dinge übersehen Fellbündel Wüsste zwar nicht Was ein Fellbündel tun sollte Da ist eine Munitionskiste Ne ist keine Munitionskiste Hören wir mal Licht an Hier Da ist Terpentin Damit wir auch ein bisschen Was auf den Bildern mal sehen Hier im Video Sonst ist immer alles so dunkel Splittergranaten Davon haben wir auch einige Eingebüßt Oh ein ganzes Billardspiel Ist ja Wahnsinn Oh süß Mr. Pebbles The first cat in space Ist ja süß Cool Guck mal Wenn wir die Waffe unten haben Haben wir auch weniger Licht Interessant Hier ist alles wieder so verwinkelt Mein Gott Was haben wir hier hinten Munition Schmutziges Wasser Ich werde hier jetzt noch ein bisschen sammeln Bevor ich dann ein kleines Folgenpäuschen mache Mal gucken Was wir hier noch so finden So weit alles schick Das ist ja auch alles mit der heißen Nadel gestrickt Ah ein Safe Oh Was Was Na So jetzt aber Cool Muni 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 Psycho Redaway Stimpack Geld Ja Das stimmt Da hast du recht Nick Da hast du recht So hier ist alles clean So ich würde mal sagen Ich mache dann hier ein Folgenpäuschen Und in der nächsten Folge Werden wir uns hier weiter umschauen Was wir hier so finden werden Und würde mich freuen Wenn ihr dann wieder einschalten würdet Bis dahin Euer Firefox Hop Almusik Hehehehehehe Hehehehe Vielen Dank.